Ich denke, dass ich ein Studium habe geschlossen und einen Job habe, wo mich sicher auch viel bewegen können und es mit Sport zusammenhangt. Für uns ist es mir sehr, dass sie mir die Möglichkeit bieten, dass ich Sport und die Schule verbinden kann, dass das nebeneinander durchgeht und ich mich so auf den Sport konzentrieren kann, aber nebenan eine gute schulische Ausbildung machen kann.